Und heute gönnen wir uns mal hier ne Runde. Schön. Dann wollen wir noch mal gucken in 20. Los geht's. Mal gucken ob wir hier irgendetwas ergattern können. Der ist cool. Lassen wir uns mal überraschen. Oh jawohl. Erste 5. Und dann mal los. Oh f*** mal die Scheite drin. Komm schon. Da macht er den Beutel schon dazu. 2280. Naja. Nehmen wir erstmal. Wird ja vielleicht nochmal runter geben hier. Na. Mal. Mal. Da sind noch keine Fallspieler. Ab. Mal. Mal. Verkänen. Wann. Mal. Mal. Bautré. Die sind ja nicht sehr üppig Schwache Leistung 1380 Wechseln sie Gehen wir auf 2 Euro Das sieht schon anders aus Was macht's mehr Harnel Nun war nicht so zaghaft Da war mega 200 Glocken Da war mega 200 Glocken Das sieht ja weg wie nischt hier Was jetzt? Komm Jetzt wird's knapp hier Weil sie flocken nur noch Boah ist denn ja die Möglichkeit Na Wahnsinn Eieieieieieieiei Los! Muss er mehr haben wie zwei Hier gibt's da nicht Da sind unsere 100 Euro schon weg Ich fasse nicht Einmal nix Mann Verbrecherkiste So viel dazu Einmal nischt Und heute gönnen wir uns mal eine Runde Klon Bonus Wir starten mit 80 Ha ha Na das ging fix Geil Goldene Mitte Zitrona Da ging ja fix Da ging ja fix Da ging ja fix Da geht's Da geht's Schade, das ist noch ein Flingelung Jawohl Und noch eins, sehr schön. Das war doch für den Anfang schon mal nicht schlecht. So kann weiter hier. Da können wir doch schon mal glatt ein bisschen hoch schrauben. Gehen wir auf 1,50 los. Gucken wir ob wir da auch ein Bonus haben. Ja. Da war er noch nicht. Na los, komm streng nicht an. Na, passt doch noch nicht zusammen. Passt doch noch nicht zusammen. Na, noch nicht. Aber langsam mal. Die 1,50 schmecken ihm wohl nicht. Gehen wir auf 2. Vielleicht schmeckt das besser. Aber was machst du schlapp oder wie? Wie? Das ging so gut los mit uns. Klöckchen. Das ist ja eigentlich eine voll für die Karte. Oh, Mann. Oh, dein Ernst? Passt da nicht zusammen. So, da sind unsere 100 weg. So schnell kann es gehen. Einmal nichts. Und heute gibt es mal eine Runde. Hotchance. Gönnen wir uns mal. Mal gucken, wie wir hier kommen mit unseren 100 Euro. Jetzt schon mal Pflaumen. Weg sind sie. Okay. 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 ich habe es doch schon hier sehen 64 nehmen wir karte läuft nicht ich glaube wir haben uns schon mal im vollbild verdient hier ja 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 das kann ich entscheiden oder was warum passt ja auch irgendetwas zusammen ey kann aber wohl in die Vase die sieben wurden auch gerne nehmen zusammenhängt ich glaube dem interessiert das nicht was wir wollen Wenn jetzt nicht Baller was passiert, hier haben wir Globo leer aus. Die jene hättest du noch geben können, Knallfrosch ey. Mann! Okay, das war dann einmal nichts. Schade. Und hier mal zwölf Reispiele, zwei Euro Einsatz. Die jene hättest du noch. Die jene hättest du noch. Okay, da freuen wir uns ja wieder tierisch. Mann doch! Und wir schauen mal hier rein. Die jene hättest du noch. Mal los, jetzt noch was Vernünftiges hier. Hm, naja, das haben wir schon besser gesehen. Und wir schauen mal hier rein. Freispiele auf einem Euro. Oh, das ist schon mal der Anfang. Oh, die jetzt sogar alle ranziehen können. Oh, ein Zehner kommt noch dazu. So, dann gibt es hier mal acht Freispiele. Ah, toll war das ja nicht. Dann drehen wir noch mal hier eine Runde. Einer Einsatz. Halt! Ah, zu weit. Aber auch gut. Muss halt nur kommen. Da. Das ist nicht so. Übersetzung. WirChe. Wir freuen uns! Beim Schwache Leistung. Los komm! Boah, geizkrank. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt.